so leute hallo herzlich willkommen zur zweiten folge terraria mit wieder uns allen wir nehmen heute direkt mal zwei folgen nacheinander auf richtig schwul leute wir spawnen nicht an den mord wenn wir aufgehört haben dann kannst du mir die kleidung close geben nein wieso nicht wenn wir haben wir aufgehört wenn dieser ist die die video qualität auf jeden fall eindeutig anders und besser weil irgendwie das wir haben doch hier aufgehört nee wir haben dort hinten in der höhle nein wir haben in der höhle aufgehört beim sand war es nicht schnell und nicht umfasst was soll ich weil ihr seid dann die anderen sind angekommen was ist denn das unten naja dass wir laufen wieder zu erlaubt erwartet will wissen dass es ist hinwohntel all das gibt können wir eigentlich gebrauchen ja dann alex vor dem hause immer die andere richtung okay roten oder roten ein villager ja unten ist eingetragen ja du bist doch noch in der nähe vom Haus kannst du mal nachschauen alle kommen das ganze zählen auf dem Weg gehabt ja das war ich schon nach vorne 9 nicht gut das ist das kein Kloch dann krieg ich nicht die Kranweil für das auch also dass wir gehen weil es meine geile Wittes in die Hälfte in die Sankt Ebener weil er hat richtig abgefuckten Scheiß man richtig abgefuckte Fächer ja ich hab's immer noch mal Böhm und jetzt krieg ich den Böhm und noch mal ein bau schnitt die blut der berlin ganz oben das haus berlin ganz oben ist alles glück meint ist der zweite ich hab gar keinen stock morgen ganz oben ist der typ geil also ich hab keinen freund der ist Oden oh ok also na dann ich hab das Glück doch gar keinen goldenen Bogen bekommt man auch oder so ne habe ich nicht oh doch da was ist das doch kurz am meisten warte ich doch mal hier am meisten Kacke getropped bekommen aber ist das ach so am meisten Löwenkiefer ja könnten wir uns später auch noch gebrauchen einfach unterdampfen bin tot ja sehr gut Penderfils oh oh hast du diesen Skill gesehen alter wow war das krass bam bam alter das Viech ist so nervig ey bam 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 nice da ist da ist wieder dieses Ameisenlöwen Kiefer shit oder was das war ok wo sind meine Fackeln oder wie auch immer heißt deswegen direkt hier hoch oh Alter ich bin fast tot ich hab 15 HP ich hab 27 ich drehte erstmal bitte ja oh fuck warte kurz tschakka 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 hallo Alex fertig fertig alter warum habt ihr nen Blockjab gebaut ok mit denen sollten wir uns glaube ich nicht anlegen ja wieso die sind easy mit den mit den Bögen und so kannst du die ganze kannst du die ganze einfach zurückhalten es sind 6 stück was ist 6 stück und dort hinten ist noch so ne es sind 4 ne 6 ok hab ich ne bombe dabei 2 wenn ja mach ich ja ich hab 3 ich hab 5 lass da rein was mal Alex go 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 ok wow das hat gut geklappt hey Ben du hast das Viech da vorne gekillt nice ich hab mal geplant Ben pass auf ja mach doch jetzt Teil ist low das kann man nicht zuerst der Reihe oder Minecraft äh ja ok dann kam der Guardian deine Fackel kannst du instant rausholen indem du einfach shift drückst wie indem du shift drückst und dann nimmst du instant eine Fackel in dir ach stimmt sogar manchmal hast du dir das nicht oh wow ne alter Ben ich bin Terrarianfänger ich meine der Christ ich meine der Alex Alex ist aber kein Terrarianfänger ja Alex 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 spielt das Spiel schön zum fünften mal durch ok sechstes mal ja gut ne ich auch ich nicht 1.3 das ist ja was anderes das ist ja was anderes oh nice oh gott bei mir ist so ne fliegende fucking ich komm du kommst auf ja ich komme alles dann dann haben wir größere überlegen Chancen so fress den Boomerang Digga fress den Boomerang Digga fress den Boomerang Digga fress den Boomerang Digga ich bin so alt put was macht ihr da oben alter das wird wie sie es dem eine Libelle glaub mir das macht viel schaden das Ding dann lass das auch da wo es ist am wuss seid ihr dann alter achso was ist denn das für ein scheiß hammer eigentlich alter ohne witz was alles holen hallo hallo komm ne wir machen es sicher jetzt kaputt äh Ben hm das kristendlich noch eine hast du zuviel ich ein bisschen Eisen für dich ne für was äh weil ich müsste in einer truhe noch ein bisschen eisen eingelagert haben eisenerz habe ich auch noch ein bisschen dabei und dann ich finde ich eine eisenspitze gebaut was wir sind beide fast gestorben also dabei ich hab zwei htp was mir ein bisschen droppen ich hab ich hab nur 10 aber es ist was ist ein charger eisen oder da muss ich gleich nachschauen ich glaube das ist eigentlich ok lass mal na warte da ist noch mehr da geh ich mal hin ok chrysle du weißt was ich jetzt noch ne rope ich glaub an euch dass sie stirbt naja Ben hast du die Folge schon angeschaut die Tagagia Folge? nein ich hab sie gespielt ooooh nein nein was für scheiße die in der Höhle gepostet hat HILFE ich bin tot äh Chris ist zuerst äh die wohnen Noel und ich hab grad mal 16 Silber verloren ich hab nix wenn ich mein die Höhle wo Noel und Chris zuerst drin waren ach so aha äh nimmst du heute deine Xbox One mit oder einfach den Controller? ich nehm äh Controller und Xbox One mit oh ok hey da schon wieder gibt's was jeder weg Alex das ist auch gut hänner ey Alex ich schwör was man ich glatsch deine Eier mann ach du meinst das ich glatsch deine Eier mann 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 oh ne ey 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 da ist echt nix raus nimmst ne hh 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 er wollte es ab er wollte alles klauen Klapp auf Aufnahme ja auch jetzt war du nimmst dich mal auf ich wollte mir mal geben oder du weißt das weißt du ey Alex was ich mach pvp an und kill dich irgendwie warte bei mir ist gerade irgendeine Meldung gekommen da ist ein schöner Konkurrenz der Texte von Texte von Texte aber auch dann sind wir gewesen das ist schon wieder das ist ein Münder die Meldung kommt es geht doch nicht und das war heute es soll vergessen Prozent und man muss mit der Umschalttaste das war alles vielleicht werden wir tun und es ist zufällig Prozent wir sind scheiße machen extra 6 feststellt hast du mehr um wenn du eine Tatsache drittst ach so wie heißt es das ist doch wenn man schiff die ganze zeit rücker was stark ist der charger ist gestorben ja wenn die meisten ist auch ausgestellt da sind augen das stimmt ja du bist wieder bei wenn ich das so nachher haben werden wo vorgesehen und wird gelobt aber auch als erler zu gehen hat hat er hat er ist es er war ich nicht werde noch ein Schaden Alex verabschieden sich den Gegner Snackmann obwohl er jetzt ist ja schon hört sich den ganzen Blut und er ist dann kannst du mir jetzt die ist ein Euro für uns zu hören die reise spazke bauen kann er hat sich nicht will die ich will die ich bin auch weiterkollegen hä? NEIN! Fickviech! Du musst mir einfach nur kurz das Eisen droppen Ne 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 ich kann dir grad gar nix droppen Oh Gott Alter Ich schaue ob ich noch Bomben hab Was sind das hier für Caves? Ich hab Shuri-Kenten jetzt Ich hab 7 Klaminaten Ich könnt Bouncy Nades machen Ich hab eh Oh fuck Eigentlich wollte ich gar nicht mehr verspringen Alex ist gleich tot Ja ich verdenke dich nicht Lass hier die Belle durch Lass hier die Belle durch Also es gibt ja nicht auch Betten also ist es möglich die Nacht zu überspringen oder Betten gibt's aber damit setzen nur ein Spawnpoint in den kannst du nicht mal gehen schlafen Wow Der hebt meine Schurde-Karts auf Nein, das war meine Hier hab ich doch untergeworfen Ähm, damit hab ich die Belle getötet Die Lebella Nein, ich traue mich Oh nein, ich hab die Workbench geworfen Wieso macht das noch Schaden? Nein, hilf mir What? Oh scheiße Nein Da da Ich schieße Ich werfe Ne, warte ich schlage Ben, pass auf Der kommt da nicht hoch, okay Aber der kommt da runter Nein Ben, I give you cover Ach, jetzt sind da unten noch mehr Und Alex bekämpft sich gerade mit einer Lebelle Weißt du was? Ich baue mich einfach hier durch Ich hab kein Bock auf diese Dreckscharger Oh! Hahaha Da hast du noch eins Ich will die hinterher als ne goldene Truhe Wir hab' keine goldene Schlüssel Fuck dir Ronny Moe Äh, was denn da ist er? Nein, die muss ja nicht unbedingt zu sein Schaden, 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 Hilfe Mama Die ist nicht so, sie ist nicht so Ah, klauen Töten sie alle Töten sie alle Töten sie alle Töten sie alle Ich kann nicht, ich hab' ne scheiß Waffe Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Alter Schügel, ihr kennt es ja mal mega OP Eh, eh Da ist auch Wurm, das baut sich durch Ja, ja, die Würmer sind kacke Pass auf, ich hab' mich gerade angerufen Bam, 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 bam Alter, was ist das für ne Höhle? Alter, ich hab' so OP ins Dach, Mann Ich hab' jetzt die Klaue in der Balle und ich findest du normalerweise erstes Wir, die haben's viel, viel mehr vereinfacht, glaub' ich, das Game Vielleicht, weil wir's auch leicht haben Ha, ha, ha Nein, wir haben's nicht auf, nein Ah, nein Ich bin tot Softcore, äh Ne, Chris, das hat eigentlich nichts so mit der Schwierigkeit Doch, 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 doch Ey, wie bist du rausgekommen, wie jetzt? Da ist noch ne Gold mit Ruhe, der Boss Der läuft da einfach weg Und das bin ich hier alleine Und ich hab' nen Spiegel Echt? Ja Genau, Mann Da wie Alex kommt Da kommt da Alex Trinkenspiegel Was? Ja Da ist er neidisch Warum ich jetzt einfach, äh, weiter runter? Also ich lauf mit, ich lauf mit dem Boss Da Na, gib mir leid Ich geh da mal runter Okay, nein, geht's nicht Da sind Zombies Boah Na, darf ich auch nicht noch Alter, was ist das? Ein fliegender Megapenis Oh, fuck, das Ei Genau, okay Das ist auch nichts Was? Hä, das Teil greift mich irgendwie nicht an Es ist irgendwie zu inkompetent Oh, fuck, das Teil ist aber Wenn ihr nehmt, ich rübersprich So ne nette goldene Kiste Nein Ich hab's da Ich hab's da Da kommt ein Auge Ja Wie sie mir nimmst du's aus dann? Ja, ja Ey, hast du da zwei? Ja, ja Wann darf ich die nehmen? Ja Äh, ja Warte ich Pause für dich ab Ja Bam Ist das auf dich? Okay, gut Hä, wieso geht die? Ah, das kann man nicht killen Das kann man nicht killen Das Teil ist so fein Ah Ich halt's zurück Nein Oh man, take my hand Oh Das ist Spinnen Hilf mich, will nicht sterben Ich hab Granaten Wait, 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 wait Die kommt Nute Get the cover Alter, mach die Damage Boah, ich sterb hier die ganze Zeit Ich komm wieder zu euch, Mann Sterb hier die ganze Zeit Ja, und jetzt neckt er sich so Ja, und jetzt neckt er sich so 88 Cooper 88 Cooper Dabon Cooper Dabon Cooper Dabon Cooper Dabon Cooper Verrechne die mit Bomm, 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 Bomm Bomm, Bomm Bomm, Bomm Bomm, Bomm Ich dachte das wär die Säulenstatue Aber es ist ne Säulenstatue Säulenstatue Säulenstatue, ja Oh, da geh ich auch noch hin Uuuuuh Uuuuuh Ups Paco, oder wat? Mh Ah Deswegen bin ich nicht drauf gekommen Na warte Ich bin aufm Weg, Leute Auf mit dir, weil ich will nicht, dass du geringst Was ist das denn? Sandstorm Du 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 glitzert du bist in der ohr da wird er bis zu spüren ersterben die nacht ist so böse zum ehren jetzt hier wir sind auch noch besitzt und wir wollen wir sind aber nicht oben aber ihr seid nicht alleine er doch ist schon du ich glaube die ganze zeit alleine gut das interessiert ist da was ne joke chill Alex es wird Tag glaube ich nein warum springen die Zombies denn 5 ab ach f***t euch doch mann wie viele Fischer sind da denn es ist die Folge des Todes wie lang läuft die schon 17 Minuten was na fast nicht ganz ich fang die Aufnahmen ja immer früher an ok und wie lange ungefähr schon ich schätze mal 15 dann werde besser das muss jetzt ein jeder Tag werden nach das Wochenende Oh scheiße und da kommt schon wieder das erste Auge an gerammelt mit Fekern auf der Seite die brauchen die Augen diese sich hier und dieses Christ der einzige der oben ist er geht auch auf dem Bote die Augen äh für die Lose den sozusagen den ersten Bosnien und eigentlich beschwert diese Kombination und Gliedsau alle dieser Laser strahlen was ist das ich lasse dich nicht allein ich komme jetzt das machte die Behälter nicht kaputt ich komme schon dann wurde er die Krise im Anerkennung der Läden der Störner aber alles steht einfach so geht am schnellsten in meinen Lieben nicht weiter der Borgel ich habe schon eine Goldmünze und die ich nicht verliebt Frau Barber 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 was sieht man denn welchen Geld man hat der Störner Papua Prozent in der Mitte an der Seite du darfst jetzt nicht von der Falle ich weiß das ist der aber aber auch so ein bisschen kleiner Münzen oder nicht nur er hätte ich habe zwei Rekord aus ich bin gleich da leute und warum ist eine Libelle es ist jetzt nicht kommen der Begriff der Klinik für die Exkeleiter starten rechts aber nicht bei der Eitel Ehe er hat hat da kommt aber er hat die Ecke sind der Spiegel kommen er Lektar aber auch grüß ich komme bei Kammberg nicht zu erinnern Moin wieder mit hohen grüß ich komme Fakt ja und nicht weiter gut und er hat er was ist das gibt es die Doppeljob er hat mehr nicht da geht ich dachte Die sind jetzt so geil. Fuck nein... No, no, das, das ist halt das blöde. Wir wissen halt, wie wir so rumgehen. Oh, mann. Bro, das sind doch solche Mistvieh hier ohne Witz. Ey, wie setzt einer so eine Rüstungsscheiße in meinen Kack? Sack Rizzle? Das hat der letzte Folge schon gemacht. Arschloch. Hey, das war voll geil. es war eine schöne deko für dich und wenn du sie nicht spielst du kannst ja manchmal ist das schön okay küsst ich habe die münzen ich komme jetzt wieder die warte ich habe sechs Reco Portions das wird hier 2.0 um die Bildung zu nennen nein ja nicht dichter und ja eben du hast genau in dem Moment gesagt in dem ich zurückgekommen bilden es wird neu auch wenn er nicht errichtet werden Ich bin mit dem Regenschirm geflogen. Ben, die Preise wurden aber auch billiger. Und Chris wegen dem Lied Umbrella. Chris ist fast tot, nice. Komm, wir gehen nach rechts Chris. Achievement Lucky Break, Freunde. Ihr müsst vom Haus springen, dann kriegt ihr den Achievement. Echt? Ja. Achievement Haus. Nein, Lucky Break. Egal. Nein. Ah, ich bin am Ende. Das war's, ich glaube nicht. Sind das für ein schicker Regenschirm eigentlich? Richtig schick, ne? Oh, jetzt muss ich warten, bis er wieder gackt. Nein, nein, springen wir nochmal. Leise und sterbig. Deine Münzen liegen da doch sowieso. Ja, aber ich weiß, dass es hier schief wird. Ja, dann springt er eben nochmal rum. Oh, verliegt der Baum. Ah! Immer als Bamm. Bamm. Ich hab mit einem HP, oh mein Gott. Das ist die totale Fallbeschwendung. Ach. Puh. 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 Alter, ich bin so froh, wenn ich dann die Mini-Garn habe. Wie heißt sie nochmal? Shark Gunn oder so? Eh, nicht Shark. Mini Shark. Und Mega Shark. Ben, wir kommen gleich in ein Wintergebiet. Ist doch schön. Ja, fand ich auch. Da ist irgendwo eine Fickspinne, die mich sick gedürzt hat. Nein, hast du irgendwie kein Wintergebiet gerade? Nein, nein, das kommt gleich noch. Okay. Wollen wir hier auch irgendwie, wenn da eine Höhle ist? Okay. Nein, 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 nein. Wir waren schon in der Wüstenhöhle. What the fuck? Nein, auf der linken Seite aber nur, oder? Ja? Ja, weiß ich. Deswegen ja. Ey, Ben, ich kann ein neues Item bauen, glaube ich. Okay. Ja geil, mich trifft nicht hier. Ja, ich hab Double Jumped. Ich kann einfach... Nein, was? Ein Jojo. Erstmal gebaut. Ja. Und? Ne? Okay, wir sind in der Crimson Zone. Schön, schön, schön. Oh mein Gott, wie geil, Noel. Hier wird aber alles, alles, alles wird dich töten können. Was ist denn Crimson Zone? Das Rote. Ich dachte mir schon, was ist denn das Rote da, aber... Naja, Chris, wenn du hier reingehst, in diese Höhle... Alex... Da war eine Spinne, die mich... Da war eine Spinne, die mich gereckt hat. Komm mal. Pssst. Bist du auch... Warte, da liegen noch meine Münzen. Ja, aber ich hab... Arter, ich werd dir gerade von den Viechern attackiert. Ja, ich hab's leider in Schwach bekommen, aber egal, mir ist... Nachkampfschaden macht's Neug. Alter, was ist denn das hier? Schnell ist sehr schwach. Ich hab 20 HP, Ben. Wie sieht's bei dir aus? Weiß. Ich hab 80. Ich hab ne... Ich hab ne Butterfly in mein Haus. Er hat bei mir nen zweiten Ambus hingestellt. Butterfly Knie. Warte, warte, was macht der Ambus? Butterfly Knie. Äh, beim Ambus? Warte, wenn er drüben ist, da hau was, oder nicht? Dass wir drüber bauen. Dass wir drüber bauen. Ja, so, kann ich den Arm? Ich glaub, ich hab den letztes Mal noch hier gelassen. Äh, weil ich hab eh noch einen bekommen. Also, kannst du ruhig einen haben. Ich hab jetzt insgesamt hab ich jetzt noch zwei. Ben, da oben ist ne Spinne. Oben ist ne Spinne, Ben. Die kommt! Die kommt! Die kommt! Shurikern! Tschuuu! Nein! Komm mal runter, ich mach dir ein Geschenk! Nala! Genau! Ja, wenn Rippen halt meine Schurikerns, Mann. Das muss ich mit meinem Bogen kämpfen. Na, komm schnell runter. Das Geschenk kannst du auch für die Fackeln verwenden. Wann? 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 Leider ist die schwach geworden. Hab sie gerade eben für dich zusammengebaut. Okay. Wann können wir eigentlich diesen Steinen nicht abbauen? Wann? 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 Wie viel ist bin ichup shelter? Wann ist das diesnütz? Wie viele sinds? Los geht es? Im Ernis zufeld. 습니다. Äh, wie schmerz' dann! Was? Am Ofen komm runter. Woimm, wie baut man es nicht Emρχen? Ja ähm oh komm runter, ich hab einen! Na, wie baut man Deckel? Kuss das sind diehouse oder so. Ach, äh, schnell überhaupt nicht. und holz gläubig er ist er m das sind das so viele katz ich will jetzt ist da unten ein spinnenspor nach was es brennt sich bei mir wird, tippe ich mich einfach weg, du musst alleine klarkommen schlitzer, ok weil ich hab, ich hab Spieglein an meiner Seite, Spieglein, spieglein, egal wann wer ist die die spinne in den ganzen Land spinne alle, die kommen da immer mehr nicht friss it's going down for me sehr schön fuck, jetzt bräuchte ich nen Hammer ach ich hab nen Hammer hast du? irgendwie ich bin tot nein, 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 das ist mein Todesutter ok, wo seid ihr? ich bin tot ben ist gestorben ah, fuck, äh, ben, komm mal her die kommen, die kommen Hilfe Hilfe wir können die Talette platzieren zumindest auch sterben hoffentlich fickte ich, ich bin schon so oft gestorben ich hab schon mal was für dich ah, ah, ah wo ist denn die? da stirb doch spüre die Macht meines Schwertes wir hören bloß Chris Chris für dich hab ich auch noch ne 10 genau so wie für 0 ja wir vor ich ich es wie ich ich das wie